So, der erste Dach ist fertig. Ich bin hier in Aldama. Hier so wieder das Restaurant, wo ich gehe dort. Die Leute mich hier in der Backyard mein Zelt abstellen. Hier wäre ich danach geblieben. Ich komme mich hier bohren. Wir hatten immer kaltes Wutter. Wutter immer hier unten. Wir fangen kalt, aber wir sind sehr erfrischend. Und ich bin sehr fang, dass ich hier sein kann. Das ist ein Schmuck. Ich habe mein Zelt abgestellte und habe mein Bäschen. Das ist ein Schmuck. Da habe ich einen Fan geblieben und ein Unkashaner und so war das dort. Wir werden die Klima verteilen von meinem zweiten Tag von meiner Tour. Gestern habe ich dort geleckt, dort Lorena, eine neue Leufe-Tour hier früh. Meine Leute, du beim Restaurant in der Backyard schlugen. Das ist hier alles geschehen. Und von der ersten Morgen ist klok 5, mittlerweile vier ständig ab. Ich packe alles ab, wo ich zu hören. Ich kriege mein Zelt ab. Wenn ich an den Tag saß, dann gehe ich heute los für eine Oasis. Und ich sehe hier eine Oasis. So habe ich ein sehr gelbe Freund an mich abgenommen. Und ich sehe sehr dankbar zu fahren. Durch diese Nachbarn habe ich an dem Bad geschlugen. Vielleicht kann ich einen Fan fragen. Ich sehe sehr, sehr gut geworden. Ich wollte nach Nervaar nicht 300 Kilometer an zwei der Oasis tun. Aber das folgt sich Fan. Ich glaube, ich komme mich Fan durchstrahlend. Immer morgen, weil ich war da komm wieder fahren. So, morgen werde ich hier ein Evento haben, werde ich hier sehen. Und vom Therapiezentrum reden und so wieder sowas. Und dann war er wieder. So, ich wollte von der 170 Kilometer hier fahren. Und ein gerautet Port von dort wie je in Wind. Sonst wurde dort auch noch viel Schwanger merken dort. Hier wäre ein Eibach, längere Eibach. Aber 10,5 Kilometer lang. Bloß ständig bei ab. Und das wäre schwer. Ich wollte nach Nervaar nicht bei der Oasis hier fahren. Ob er, ähm, Basikal. Ob er das auf sich gelernt hat. So, dann werde ich hier so nachgeblieben. In diesem Lied werde ich mich hier umgassieren. Und wo dann war er. Und dann... Ja, das war er wieder. So, ich wollte ihn fänglich einmal ein Klima-Updates geben. Ja, wo mein Tour dann wieder geht. Und ich werde ja subscribing an meinen YouTube-Channel. Wo ich die Videos einmal uploaden. Und dann, was die Amadie ist, da werde ich am Wort. Ich freue mich an die Videos. Untertitelung des ZDF, 2020